Wann haben Sie als Autofahrer zuletzt einen Verkehrspolizisten vor sich stramm stehen lassen? Noch nie? Da entgeht Ihnen aber ein gehöriger Spaß. Letztens musste ich mit meinem Auto rückwärts in eine enge Parklücke rangieren. Damit das besser ging, habe ich vorübergehend den Sicherheitsgurt gelöst. Und wie es der Teufel will, pflanzte sich im gleichen Moment eine Verkehrspolizistin neben meinem Seitenfenster auf. Ich sei nicht angeschnallt, als sei jetzt auch noch ein saftiges Verwarnungsgeld fällig. Aber nicht mit mir. Zunächst mal verlangte ich den Dienstausweis der eifrigen Ordnungshüterin zu sehen. So ein Polizistenkostüm kann sich schließlich ja jeder ausleihen. Alleine durch diesen einen Wunsch war die gute Frau bereits auf 180. Trotzig beharrte die Uniformierte darauf, von mir 30 Euro zu kassieren. Worauf ich die magische Zauberformel sprach, da werde ich beim Polizeipräsidenten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie einreichen müssen. Und siehe da, von einer Schrecksekunde zu anderen waren diese 30 Euro dann überhaupt kein Thema mehr. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber der Autofug. Erfahren Sie, wie Sie in Zukunft bei leichten Verkehrsübertretungen eigenhändig, ohne Rechtsanwalt, Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen können. Und wenn Sie rund um Ihr liebstes Kind jede Menge Geld, Zeit und Ärger sparen wollen, erweist sich der Autofug gleichermaßen als richtige Genusslekture für Sie. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.